Musik 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 Manchmal kurz das Gucken, in was für ein Format du aufnimmst, weil das habe ich gar nicht eingestellt. Musik 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 So, dann haben wir die immer wieder nachgegeben. Ich gehe mal hinter dich. Wenn man auf die Seite ist, wie hier das Fresse gelegt hat, ist das so eine Scherbe dabei? Ich dachte so, was du tun hast. Ist das so eine Scherbe verloren? Moment. So Kinder, erste Location abgedreht. Erstmal schön den Boxhack aus der Decke rausgehauen. Wir haben den mit einem Akkuschrauber oben reingebohrt und dann mit einem Gewinde verbunden. Wir haben gerade das gesamte Gewinde rausgerissen. Sehr gut auf jeden Fall schon mal an der Stelle. Eine 10 von 10. Ja, also wir haben die Shots jetzt gedreht. Ich bin relativ zufrieden. Wir fahren jetzt auf jeden Fall mal zum Westringer und schauen uns die ganze Schose mal genauer an. Haut sie mir einfach übelst hart den Ast ins Gesicht. Dieser typische Comic-Moment. Danke dafür auf jeden Fall. Ich nehme ihre Blockflage. Ich nehme ihm auch erst mal an. Ich nehme mich, war für die Schleffi-Möger in der Zeit. Ich nehme deine Blockflage. Ich nehme die Bine im langen. Ich nehme die Bine im langen Differenz oder brauche. Ich nehme die Bine im langen Differenz. Und wir lassen uns auf jeden Fall. Ich nehme die Bine im langen Differenz. Ich nehme sie mir gut. Ich nehme diese einzelne Druck. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.